Ich habe insgesamt über zehn verschiedene Produktivitätssoftwares vorgestellt, getestet, verschiedene Sachen ausprobiert und war immer auf der Suche nach meinem perfekten Workflow, nach der perfekten Zusammenstellung, wie ich am Ende durch den Arbeitsalltag mit Linux navigiere, wie ich meine Aufgaben manage, meine Termine manage, aber auch natürlich mein Wissen und die Kommunikation. Und damit würde ich sagen, lasst uns direkt loslegen. Ich möchte euch meine Tools zeigen, die ich jetzt schon seit einiger Zeit nutze und die für mich persönlich sehr, sehr gut funktionieren. Auch wenn ihr eventuell am Ende andere Tools wählt als ich, damit würde ich sagen, lasst uns anfangen. Es gibt, wie gesagt, verschiedene Fertigtools. Am Ende, was für mich am meisten aktuell funktioniert, sind ausgereifte Tools, die es schon seit Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnte gibt und dass viele neue Software, die wir auf dem Markt haben, eventuell, ich sage mal, das englische Wort, over-engineert sind. Das heißt, die bieten so viele Funktionen, dafür laufen wir uns eventuell und eventuell managen wir eher unsere Produktivitätstools als unseren Alltag. Und das darf natürlich nicht sein. Und von daher fange ich mal ganz, ganz klassisch mit dem ersten Tool an, was ich verwende. Ja, ganz unspektakulär. Es ist die gute alte Nextcloud. Ich habe eine für mich privat. Die nutze ich hauptsächlich natürlich fürs Dateisharing, aber auch mittlerweile ganz gut für die Produktivität. Kontakte darüber spiegle ich auch, auch für mein Handy und Thunderbird und so weiter. Das heißt, egal auf welchem Endgerät ich meine Kontakte bearbeite, werden sie auf allen anderen Endgeräten natürlich dann auch synchronisiert. Das Ganze funktioniert auch mit dem Kalender hervorragend und auch vor allen Dingen, womit ich jetzt am Anfang starten möchte, die Aufgaben. Ja, bei mir läuft die Nextcloud nebenbei auf dem Libre Workspace. Was das ist, zeige ich euch in einem anderen Video. Ich packe euch das mal in Videobeschreibung. Ich habe mich jetzt hier mal bei einem Demo-Account angemeldet. Die Dateien, die beachte ich heute, wie gesagt, eigentlich kaum. Ist am Ende wie Dropbox, Google Drive und Co. halt eben, dass du es nur bei dir selber hast. Genau wie die komplette Nextcloud. Das heißt, du hast alle Daten bei dir. Und ich muss sagen, ich nutze für meine Sachen, die ich tun muss, zum Tracken, dass ich nie mehr etwas vergesse, tatsächlich ganz simpel Nextcloud-Aufgaben. Und ich habe da keine 20.000 unterschiedlichen Listen. Ich habe eine einzige Liste und dort tracke ich alles, was ich zu tun habe. Und immer, wenn mir ein Gedanke in den Kopf kommt, dann zicke ich mein Handy und schreibe mir das auf. Denn auf dem Handy habe ich die Aufgaben auch verbunden. Ich habe dazu auch schon mal ein Video gemacht, wie man beispielsweise Android oder iOS mit der Nextcloud verbindet. Ich verlinke euch mal beide Videos in der Videobeschreibung. Und das heißt, wenn ich alle Sachen aufschreibe, was ich zu 99 Prozent tue, sollte ich nie wieder etwas vergessen, dass ich noch etwas zu erledigen habe. Und das funktioniert tatsächlich großartig. Und natürlich, man kann 20 verschiedene Aufgabenlisten machen und sagen, hey, das ist jetzt für die Arbeit, das ist für zu Hause, das ist für dies, das ist für jenes. Ich habe am Ende tatsächlich eine einzige große Aufgabenliste. Dann muss ich mich nicht darum kümmern, oh, wo tue ich das jetzt reinsortieren? Ach, jetzt hat das wieder falsch reinsortiert, weil es noch umgestellt war. Dann muss ich das wieder machen und so gehen wieder ein, zwei Minuten ins Land und das eigentlich für nichts. Und somit haben wir eigentlich schon unseren ersten Baustein. Was man gut verwenden kann, ist beispielsweise das Ablaufdatum oder das Startdatum. Das stelle ich häufiger mal ein. Vielleicht die Priorität, wenn etwas wichtig ist. Aber das war es eigentlich schon. Und es ist wirklich so einfach, wie es aussieht. Und da sehen wir auch wieder back to the basics, back to the roots. Ich habe kein kompliziertes Aufgabenmanagement über NocoDB oder Notion oder sowas angelegt, sondern wirklich simpel die Sachen. Und ich muss sagen, um für den Tag auf meiner Arbeit besser zu tracken, was ich heute unbedingt erreichen möchte, habe ich mir hier einen ganz einfachen Block und Stift hier beigelegt. Ich schreibe mir morgens die Sachen händisch, nochmal physisch, nochmal auf, was möchte ich machen. Und dann kann ich sie tatsächlich abhaken. Und ich weiß nicht, muss man natürlich nicht machen. Man kann das auch nur dann digital abhaken. Es ist nochmal so eine zusätzliche Sache. Aber ich finde, es ist nochmal eine Tätigkeit, die einen zusätzlich motiviert und wo man auch nochmal besser im Fokus ist. Okay, gut, wie, wann, was habe ich heute zu erledigen und was muss heute unbedingt vielleicht noch raus. Ja, genug zu den Aufgaben. Ich würde sagen, die nächste ganz basic Sache, wir kommen noch zu anderen ganz fancy Sachen später, ist der Kalender. Ich mache mal die ganze nächste auf Deutsch, weil die kann man natürlich auch auf Deutsch stellen. Und das ist natürlich nur ein Beispielkalender. Ich mache alle meine Termine in einem Kalender. Hier habe ich es noch in verschiedenen Kalender in diesem Demo-Projekt. Klar, wenn man das mit anderen Teams synchronisiert, dann kann das Sinn machen auf der Arbeit. Aber ansonsten habe ich alle meine Termine in einem einzigen Kalender. Das hat auch nochmal andere Gründe, zu denen komme ich nochmal später. Und die sind natürlich auch bei mir aufs Handy gesynkt und auf Thunderbird, dass ich Termine akzeptieren kann, wenn ich eine Einladung bekomme. Und ich glaube, ich habe es hier auch in meinem Linux Mint drinnen, weil es kostenlos for free, sage ich mal, dass man da auch nochmal Informationen hat. Das nutze ich aber nicht so richtig. Ich nutze tatsächlich auch zum Management von den Terminen und generell als Kalender tatsächlich auch diese Web-App hier. Also Kalender und Aufgaben haben mir jeweils ein Lesezeichen gesetzt und dann läuft das tatsächlich auch. Also auch hier wieder super, super einfach. Und natürlich kann Nextcloud genau das, was man möchte. Wir können auf die weiteren Einzelheiten gehen. Wir können mehrere E-Mail-Adressen oder Benutzer oder Kontakte einladen, die wir natürlich auch gesynkt haben. Eventuell auch nochmal einen Meeting-Link reinfügen. Wie ich aber Termine vereinbare, dazu kommen wir jetzt. Und das ist jetzt ein Tool, das gibt es so erstmal noch nicht. Und da könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich das veröffentlichen soll oder ob das die meisten nicht so interessiert. Und das ist mein eigenes Buchungssystem. Ja, ich programmiere ja immer mal wieder und mir hat bis jetzt der Workflow absolut nicht gefallen, wie man mit anderen Leuten Termine vereinbart. Wenn man einen Termin vereinbaren möchte, dann schickt man meistens ein, zwei, drei Vorschläge, wann man denn kann. Und dann wartet man ein, zwei Tage im schlimmsten Fall. Okay, gut, wann kann der andere Gegenpart oder schickt der andere Gegenpart mir dann doch nochmal ganz andere Vorschläge und so weiter. Und dabei geht enorm viel Zeit verloren. Und ich würde sagen, pro Termin, den man ausmacht, gehen wahrscheinlich kumulativ auf beiden Seiten mindestens fünf Minuten verloren. Wenn man die Zeit dazu hat, ist das okay. Ich mache am Tag aber nicht nur einen Termin aus, sondern das können tatsächlich bis zu zehn Termine pro Tag sein. Und dann ist das natürlich extrem viel Zeit, die dabei drauf geht und auch super nervig ist. Vor allem ganz zu schweigen, dass sich die Terminvorschläge alle nicht doppeln. Also das wird relativ schnell, relativ kompliziert. Von daher habe ich mir gesagt, ich schreibe mir ein eigenes Tool, was sich den Kalender, den, den ich hier habe, dort sich die Information rauszieht, wann sind meine aktuellen Termine. Und dann kann ich hier ein Ticket erstellen, beispielsweise 60 Minuten. Herr Müller trage ich jetzt einfach mal ein. Dann kann ich sogar noch ein Meeting-Link erstellen über Jitsi. Darüber halte ich dann Online-Konferenzen. Und dann sage ich Ticket erstellen. Dann gibt es hier ein Ticket. Und dieses kann ich jetzt ganz einfach an die andere Person schicken. Und die kann dann sich in Ruhe alle Termin-Slots anschauen und dann gegebenenfalls einen Termin-Slot wählen. Schauen wir uns das Ganze doch mal an. Da haben wir das Ganze. So sieht das dann von der anderen Seite aus. Und dann kann ich einfach einen Termin auswählen. Und das wird dann natürlich live in meinen Kalender übertragen. Und der Termin ist ausgemacht. Das spart mir extrem viel Zeit. Habe ich selber programmiert. Ist Open Source auf GitHub verfügbar? Aber allerdings funktioniert das Tool nur so richtig gut mit Nextcloud-Kalender bzw. mit CalDAV zusammen. Mit Google-Kalender funktioniert der schreibende Befehl nicht. Aber Termine auslesen kann das Booking-System auch schon aus dem Google-Kalender. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr so ein Tool für euch auch vorstellen könntet. Aber damit habe ich natürlich einen der nervigsten Parts, die ich bis jetzt immer hatte, automatisieren können. Genau, das wäre es soweit zum Kalender, Terminen und dem Verwalten. Natürlich ist das Ganze wieder synchronisiert mit dem Handy. Und wenn was im Kalender nicht steht, dann existiert dieser Termin bei mir nicht. Dann habe ich hier wieder den Kopf frei. Und ich muss mich nicht immer wieder daran erinnern, ah, okay, am dritten Samstag in diesem Monat ist das und das. Nein, das steht dann immer im Kalender. So, das wäre es dazu. Dann kommen wir ganz kurz. Ich habe es ja schon ein bisschen angesprochen. Ich habe es in vielen Videos auch schon vorgestellt. Wenn ich Online-Meetings halten muss, was ich eigentlich täglich mache, dann nutze ich dafür Jitsi. Ich habe dazu eine eigene Jitsi-Instanz, natürlich auch auf meinem Libre Workspace gehostet. Und kann dadurch anderen Leuten einen Link schicken. Oder der ist, wie gesagt, durch das Booking-System schon generiert. Mit diesem Link kann man dann in ein Meeting reingehen. Also sowas wie Zoom, Microsoft Teams und so weiter. Aber halt eben Open Source. Ich zeige euch mal, wie hier so ein Meeting aussieht. Wir haben Webcam, die ich jetzt gerade nicht anschalten kann, weil sie von meinem Aufnahmeprogramm gerade gebraucht wird. Aber ein Chat, man kann Hand heben, man kann Umfragen machen und so weiter. Bis zu 10, 20 Leute ist es super. Auch bis zu 30 Leute noch. Wenn man aber größere Meetings macht, dann ist Jitsi dann nicht mehr das beste Tool der Wahl. Aber vor allem für 1-to-1-Meetings oder bis zu 20 Leute ist es in der Regel eigentlich kein großes Problem. Und dann, ja, meine Güte, kann man sich hier auch wieder nur auf das Wesentliche konzentrieren. So einfach ist es dann auch wieder vorbei. Dann sind wir ja schon so ein bisschen im Bereich der Kommunikation. Jetzt ist natürlich die Frage, womit tätige ich die? Womit kommuniziere ich? Kommuniziere ich in Rocket Chat, in Mattermost, in Element, in WhatsApp, Signal und Co.? Nein, bei mir hat sich tatsächlich die E-Mail nochmal groß durchgesetzt. Und ich würde sagen, bei mir feiert die E-Mail wirklich eine große Renaissance. Denn, ich sage mal, 80% der gesamten Kommunikation, vor allem im geschäftlichen Sinne, läuft immer noch über E-Mail. Beziehungsweise wieder über E-Mail. Das Schöne ist, jeder hat eine E-Mail-Adresse. Man kann jeden per E-Mail erreichen. Und das ist es eigentlich schon. Und es ist super gut für Text, sagen wir es mal so. Es ist plattformunabhängig, egal was für ein System die andere Person benutzt. Und damit bin ich tatsächlich wunschlos glücklich. Ich habe natürlich den ein oder anderen Mail-Account. Das ist aber kein Problem, das mit Thunderbird alles zusammenzufassen. Dort den Überblick zu behalten. Ja, ganz easy E-Mail für geschäftliche Sachen. Und wenn man im Team, in Realtime sozusagen kommuniziert, dann setzt sich bei mir Signal und Element aktuell durch. Ja, dann haben wir jetzt schon einen großen Batzen an verschiedener Software abgehakt. Wir wissen, wie wir Termine machen, Aufgaben, Meetings, Kommunikation. Jetzt ist natürlich nochmal eine wichtige Sache. Wie funktioniert denn das bei mir jedenfalls mit dem Wissensmanagement? Ja, die meisten Sachen vergesse ich natürlich wieder sofort. Aber damit ich die wichtigen Sachen natürlich nicht vergesse, nutze ich persönlich Obsidian. Habe ich euch schon mal in einem anderen Video vorgestellt. Ist am Ende super einfach, dort seine Notizen zu pflegen. Ich habe eine große Suche, mit der ich alle meine Notizen finde. Ich nutze nebenbei nirgendwo groß irgendwie Ordner, Strukturen oder Tags, sondern ich konzentriere mich hauptsächlich, Sachen wiederzufinden auf die Suche. Denn diese ganzen Strukturierungen im Kalender, in den Aufgaben, vielleicht auch in den E-Mails, manche haben da tausende E-Mail-Ordner und sortieren das immer wieder ein, ist für mich ein absolut großer Overhead, was ich persönlich nicht brauche. Ich habe es optimiert, meine Notizen so zu benennen, dass ich sie auf jeden Fall durch die ganz einfache Suche wiederfinde. Und damit fahre ich schon seit ein paar Jahren sehr, sehr gut und spare mir hier wieder die zusätzliche Zeit, irgendwie meine Notizen in Anführungszeichen aufzuräumen. Ich schmeiße da alles rein, sozusagen. Natürlich sind es mittlerweile einige Notizen. Ich schaue mal in meinen Ordner. Ich habe jetzt 732 Objekte. Ich finde, das geht sogar noch. Also 732 verschiedene Notizen. Damit kann man, glaube ich, noch leben. Und dadurch, dass Obsidian eine sehr, sehr gute und sehr schnelle Suche hat, funktioniert das auch. Aber Achtung! Obsidian selber ist nicht Open Source. Wenn man das integrierte Obsidian Feature fürs Synken, also zum Synchronisieren zwischen verschiedenen Endgeräten nutzen möchte, so direkt mitgeliefert, dann kostet das jetzt auch nicht allzu viel. Aber ich persönlich synchronisiere das mal wieder mit der Nextcloud und zwar über Nextcloud Notizen. Denn Nextcloud Notizen und Obsidian nutzen genau das gleiche Format. Und damit kann ich das ein bisschen zusammentricksen. Auf dem Handy habe ich Nextcloud Notes dazu installiert und auf dem Rechner habe ich Obsidian. Und wenn ich das mal im Webbrowser öffne, was meistens eigentlich nicht passiert, dann kann ich das hier auch über diese Webnotizen App direkt in der Nextcloud öffnen. Ja, wer eine Alternative zu Obsidian sucht, die Open Source ist, der kann sich mal LogSack anschauen. Das soll mittlerweile auch sehr, sehr gut sein. Aber ich muss sagen, ja, da schlägt bei mir aktuell jeweils die Prokrastination ein. Denn für mich passt im Alltag gerade auch total das Obsidian. Mir fehlt da nichts. Ich mache hier mal eine neue Notiz. Man kann hier natürlich direkt das automatisch formatieren. Das ist eine Überschrift und so weiter. Das ist das ganz einfache Markdown-Format. Sehr, sehr einfach zu erlernen. Hat man in zehn Minuten gelernt. Und dann kann man da super einfach seine Dokumente strukturieren und sein Wissen natürlich aufschreiben. Und das Coole ist, es gibt auch extrem viele Add-ons. Ich glaube, ich nutze da gefühlt gar keins mittlerweile. Ansonsten, was ich sehr, sehr häufig nutze, ist das Code-Block. Dann kann ich mir hier, wenn ich mir mal wieder was für Linux aufschreibe, direkt Terminal-Befehle aufschreiben, die ich dann nicht vergessen mag. Und das kann man sogar so ein bisschen farblich dann anzeigen lassen. Ja, beispielsweise. Man kann da dann aber auch natürlich Fotos machen. Das heißt, ich kann einen Screenshot machen. Das mache ich nebenbei mit STRG, SHIFT und Druck. Dann habe ich jetzt hier so ein Rechteck. Ich kann jetzt hier irgendwas auswählen. Dann ist das sofort in meiner Zwischenablage. Und ich kann das mit STRG und V einfügen. Und dann habe ich hier auch direkt mein Bild drin. Ich kann das mit PDF-Dokumenten machen. Die kann ich einfach reinziehen und so weiter. Das wird dann mit synchronisiert. Wobei diese cooleren Features mit den anderen Inhalten, wie Bildern, PDF und so weiter. Das mag dann Nextcloud-Notizen nicht so. Nutze ich aber jetzt hier sowas mit den Bildern auch super wenig. Hauptsächlich ist es bei mir auch wirklich nur Text. Auch tatsächlich dieses Videoskript, was ich jetzt hier gerade geschrieben habe und wodurch ich mein Video strukturiere. Solche Sachen schreibe ich auch mir in Obsidian auf. In eine eigene Notiz, sodass ich hier auch einen ganz, ganz einfachen Texteditor habe. LibreOffice-Dokumente schreibe ich dann wirklich nur bei größeren Sachen, bei Briefen so etwas in der Richtung. Oder wenn ich etwas ausdrucken möchte. Aber bei dem alltäglichen Zeugs, da nutze ich dann immer dieses Obsidian. Es gibt tausende Markdown-Editoren. Von daher ist das da auch nicht so wild. Ja, und damit sind wir mit den hauptsächlichen Apps erstmal fertig. Es gibt nochmal zwei weitere Apps, die ich hier eingeklammert habe und die ich aktuell groß nutze, um meine Daten zu strukturieren, um zu strukturieren und zu ordnen, wer jetzt gerade noch was braucht. Beispielsweise im Linux Guide Support. Wer hat gerade beim Linux Support angefragt? Bei wem muss man noch die Rechnung rausschicken und so weiter. Das mache ich persönlich mit NocoDB aktuell. Dazu läuft hier gerade auf dem YouTube-Kanal auch eine Serie, wie man NocoDB für sich einrichtet, Schritt für Schritt. Und was das Ding so kann, sind am Ende große Datenbanken, die man sich dann da einrichten kann, womit man dann auch Sachen, wenn man möchte, später automatisieren kann. Und da habe ich Alp gespeichert. Ja, wer sind unsere Kunden? Was sind die Rechnungsadressen? Wie erreiche ich die? Was hat man in einer Session grob gemacht, wenn jemand wieder anruft und eventuell das gleiche Problem hat? Das gibt es tatsächlich häufiger, dass man dann schon direkt wieder Bescheid weiß, ah, okay, gut, wie hat man das denn damals gemacht? Und somit natürlich auch Zeit spart. Solche Sachen. Und das ist es eigentlich für die Daten. Dann muss ich auch noch Rechnungen erstellen. Das mache ich mit auch tatsächlich einer eigenen Software, dem Rechnungs-Assistent. Der ist aber schon veröffentlicht. Den kann man jederzeit nutzen. Und das Ding kann nicht viel, außer sehr, sehr simpel Rechnungen erstellen. Und das ist es eigentlich schon. Das generiert in Sekundenstelle eine Rechnung im PDF-Format. Und dann läuft das Ding. Du kannst es verschicken. Und dann ist das fertig. Natürlich ersetzt jetzt diese Herangehensweise kein komplettes CRM- und ERP-System. NoCodeB und Rechnungs-System sind da eher für kleinere Betriebe gedacht. Wenn man jetzt eine große Firma ist mit mehr als 10 Mitarbeitern und so weiter, dann ist das eventuell zu klein oder ziemlich sicher zu klein. Dafür soll es auch nicht geeignet sein. Das ist auch nicht die Zielgruppe. Dafür gibt es dann andere Systeme. Da schaue ich mir tatsächlich gerade auch immer mal wieder welche an. Was man da erwähnen kann, ist Dolibar, Vivitendo oder ERP-Next beispielsweise. Das sind ganz große ERP-Systeme. Udu gibt es natürlich noch. Und natürlich noch viele proprietäre Sachen. Da überlege ich tatsächlich gerade, okay gut, wenn jetzt beispielsweise Linux-Guides noch weiter wachsen soll, in welche Richtung soll das dann gehen? Den Rechnungs-System, den ich hier selber programmiert habe, der soll für kleine Firmen, für Handwerker, sowas in die Richtung. Der soll aber nach und nach aus dem aktuellen Stand jedenfalls heraus jetzt kein komplettes CRM- und ERP-System werden, weil ich dann doch einen etwas anderen Fokus aktuell jedenfalls habe und das andere viel, viel besser können als ich. Und das war es dann auch schon. Wir haben jetzt alle Tools gesehen, die ich persönlich jeden Tag nutze, um durch den Arbeitsalltag zu kommen und ich das Management dieses Ganzen auf ein Minimum reduziert habe und damit tatsächlich ziemlich gut fahre. Ja, was für Tools nutzt ihr selber täglich im Alltag? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Wenn ihr zu solchen Themen weitere Videos wünscht, wo ich dann eventuell auch noch mal etwas näher ins Detail gehe für eine App, dann schreibt mir das sehr, sehr gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht es gut. Ciao. Ciao. Ciao.